Die Sorge ist einfach das materielle Eigeninteresse der breiten deutschen Normalbevölkerung daran, dass sie sagt, dass ihre privaten Rentenversicherungen noch laufen sollen daran, dass es keine zweite Euro-Krise gibt und dass sie sich irgendwann sozusagen von dieser politischen Krisenwaffe erpressen lassen und sagen, okay, die armen Kurden, die armen unterdrückten Sozialisten, den Frauen geht es schlecht, den Bauarbeitern, aber wir müssen ja jetzt irgendwie auch eine vernünftige, reale Politik machen und deshalb ist das vielleicht ganz gut, wenn Angela Merkel und Tayyip Erdogan doch noch irgendwie miteinander ins Geschäft kommen und dann wird das sozusagen bei der gesamten Krisenbewältigung aber genau das alles vergessen, dann wird dabei auch vergessen, wie Kapitalbeziehungen und Ausbeutungsbeziehungen diesen Modus der Krisenbearbeitung gestärkt werden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Sinn dieser Veranstaltung, genau auf dieses Problem hinzuweisen und daher auch so viel darüber, was die Eliten hier miteinander machen. Einfach deshalb, weil es ist in weiten Teilen der Bevölkerung unbekannt und es beeinflusst aber einfach auch das Leben der Subalternen. Also, ich glaube, es ist in weiten, dass die Eliten der Bevölkerung unbekannt wird, dass die Eliten der Bevölkerung unbekannt wird, also dass die Eliten der Bevölkerung unbekannt wird, dass die Eliten der Bevölkerung unbekannt wird, Aslında burada da kötü, her neyse. Orada insanların durumları kötü vs. olabilir. Ama sonuçta oradaki ekonomik kriz Almanya'ya bulaşması ve buradaki de ekonomik sorunların oluşmasını daha çok önemsiyor Alman topluluğunu düşünüyorum. Onun için o açıdan fazla mücadele bir dönem olabilir ama en sonunda bunun uzun vadeli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü kendi ihtiyaçlarını ön planda gördükleri için öyle bir mücadelenin kalıcı ve yükseltilmesini zor görüyorum. Altyazı M.K.